hallo und herzlich willkommen zurück zu blende kraft so okay wir sind beim letzten mal hier stehen geblieben bei diesem raumschiff das ding ist warum ich nicht weiß wo die dinge sind weil ich bin ja vor dem update hier ständig vorbeigeflogen da war halt nichts da muss halt echt normales abfliegen und das ist schon ein bisschen nervig kann man denn hier das nehme ich mit dass das ja genau hat hinter leicht geht es nicht weiter dein ernst also da geht es weiter das war ziemlich eng hier okay ich wusste warum ich die folge letztens so früh beendet habe es gibt nur diesen einen weg genau da darüber geht nicht ist wohl was aber da komme ich nicht hin nö dann geht es hier runter okay so direkt wieder runter ich mit auf jeden fall mit nehme ich auch mit oder gehen nehme ich mit da habe ich reingeguckt also daran nehme ich mit nehme ich mit die bakterien ja die was ich jetzt mal da die produziere ich hier selber hier ist nix das nix da muss der schlüssel irgendwo hier drin sein ich war von haus da geht es wo da geht es hier hoch der schlüssel drin terratom keinem rest lass ich mir da ich brauch ja schlüssel nix hier geht es runter okay ich glaube ich werde hier sterben das ist hier so ein dingens kann ich weiter warum ist der balken gewesen 0 plan da muss ich runter was sie passiert drinnen mann hier war nix diesen schlüssel ich habe einen schlüssel ich brauche noch mehr schlüssel wie es aussieht ist kein schlüssel hier wieder runter denn ernst portal generator ok was ist denn ein portal generator ja er wird wohl portale generieren das ist mir schon klar hier war ich doch hier nicht ich hoffe das lohnt sich weil damit ist teuer ich habe keins mehr ich habe keins mehr ach menno ja doof dann muss ich halt noch mal irgendwie rennen da sind wir auch schon wieder draußen das haben sie so gut gemacht was das multiplikator nehme ich natürlich mit bauplan microchip ja lass mal hallo hallo licht hier war ich also geht es hier raus hier bin ich doch runter jetzt bin ich doch wie ging es hier raus war hier so ja hier ging es raus alles gut jetzt wo genau ist das im süden also wenn da ist mein home wenn ich hier hin will muss ich in richtung osten gehen kann ich denn leuchtfeuer bauen also dann gehen wir jetzt erst mal wieder nach hause und ich versuche das wieder zu finden im osten also so südost 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 ja genau alles klärchen jetzt habe ich das ding in den raum zu öffnen gut das ist ich gucke gleich noch mal nach meinen lagern ich glaube die sollten voll sein aber das hier gefällt mir nicht dass sie zu klob ich aus lieber vier von denen übereinander gehabt wie nebeneinander weil das ding ist wenn ich hier die 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 hersteller mache und dann das eisen voll nie ist es nicht sehr gut wir haben ja eine gewisse range und wenn ich das ganze übereinander stabel ich glaube das ist viel viel besser wie wenn ich das so riesig groß bauen säcke waren hier ja genau schreibe ich das mal dahin ich wollte das da hinschreiben genau ja so und hier waren die mutter gene drinnen genau mutter gene sagt sagt noch ein energie multiplik total günstig zwei schwarz pulver zwei eisen und ein kobold möchte mal schwarz pulver wurde schon wahrscheinlich schwarz pulver wurde verarbeitet nicht dein ernst im moment ja gut dann habe ich mein eigenes schwarz wohl war jetzt hergestellt werden die die frage ich nehme hier mal die drei raus so ja klar ich weiß es ich habe kein strom mehr aber das wird sich jetzt gleich ändern und zwar kommt hier einer hin und es kommt ich habe die sache nicht zurückbekommen als ich den abgebaut habe dein ernst war da ich mache jetzt erstmal noch mal drei darin noch mal drei darin ach nee falscher gebaut den falschen gebaut doch hier ist klar so nummer zwei war das ne der kommt hier so klinge da kann ich den zweiten daneben bauen drei obsidian fehlen noch ja oh warte da habe ich kein problem mit obsidian ist hier sehr gut nein hier ist die energiezentrale so was hatten wir vorher 20 euro 54 runter gucken 41.000 ok ja das hat es doch gebracht so was habe ich jetzt hier noch mitgebracht die zugangskarte die frage ist wo gehe ich damit hin hier habe ich aus mir um stäbe ja habe ich kann ich da machen schnellen stadt pack den noch mal darin nein aus mir so zwei uranstäbe ok ist bestimmt auch ja ich wusste dass es voll ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 warte die zwei darin und schnell noch einen stadt gemacht warum drücke ich immer escape brauche ich gar nicht so zack so dann äh eisen packe ich darin dann lithium kobalt ist voll ok da kommt kobalt dahin und das ding nehme ich dann super legierung starb 1 2 3 4 5 6 7 8 und ein alu so mache ich den stab dann geht es los ja die stäbe werden langsam weniger aber spielt keine rolle ok alter schwede ich weiß nicht mehr wo jetzt dieses diese höhle war warte mal ich bin hier ich glaube die war hier irgendwo hier aber die die höhle ok war ich da durch nee da brauchte ich so ein ding ich würde trotzdem beim nächsten mal gerne in die andere höhle gehen also die warte hier die war hier irgendwo da würde ich gerne hingehen ok dann würde ich sagen bewässerung das heißt du hast nicht bewässerung bei bewässern kann ich mich selber bin ich mich an ok da bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss